Taille Gülec, Nürnberger und Deutschlands bester Taekwondo-Kämpfer. Zwei- bis dreimal täglich trainiert er, sieben Tage die Woche. Sein Ziel ehrgeizig und ganz einfach, der Beste sein. Dafür ackert er aber bereits von Kindesbeinen an. Am Anfang bin ich halt einfach hierher gekommen, weil es mein Onkelsverein ist. Der hat den Verein hier gegründet, vor 20 oder mehr als 20 Jahren. Da hat mich mein Vater hierher genommen und dann habe ich angefangen. Aber mit zwölf kam dann mein erstes Titel Kadetten-Europameister. Und mit 14 bin ich dann Jugendvize und Jugend zweimal Vize-Europameister geworden bei den Kadetten und bei den Jugendlichen. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe das Talent dazu, wieso mache ich es nicht weiter. Und ab 14 ging es dann richtig bergauf mit mir. Doch auf dem Weg nach oben gab es auch immer wieder Rückschläge. Tahir wird immer besser, kämpft sogar im deutschen Nationalteam. Doch dann wirft ihn eine schwere Verletzung weit zurück. Anfang 2014 habe ich mir mein Handgelenk in Schweden gebrochen im Halbfinalkampf. Und dann war ich zwei Monate weg. Also keine Turniere mehr. Und direkt mein nächstes Turnier war dann die Europameisterschaft. Und da habe ich dann echt gemerkt, dass mir Sparring gefehlt hat, das Training gefehlt hat wegen dem Handgelenkbruch. Und ja, da musste ich mich wieder hochkämpfen. Ein Beispiel, das Tahir sich immer wieder zurückgekämpft hat, die Weltmeisterschaft 2013 in Mexiko. Hier kommt Tahir bis ins Finale, trifft dort ausgerechnet auf den mexikanischen Lokal-Matador. Ein knapper Kampf, doch am Ende siegt Tahir spektakulär mit diesem Tritt. Wird Weltmeister mit gerade einmal 20 Jahren. Selbst heute, zwei Jahre später, immer noch ein bewegender Moment. Ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt die Goldmedaille hole, aber dann, wo ich es echt tatsächlich geschafft habe, dann war es einfach, keine Ahnung, ich habe mich, das war emotional, zu emotional für mich. Also mit 20, die erste Goldmedaille nach 18 Jahren wieder für Deutschland. Ich bin schon stolz auf mich, sowas geschafft zu haben. So stolz, dass Tahir sich die Goldmedaille sogar auf die Brust tätowiert hat. Und da ist ja auch noch etwas Platz, denn sein nächstes Ziel ist Olympia. Vielleicht gibt es auch da wieder eine Medaille und ein weiteres Tattoo.